Hallo ihr Schnellen, das ist die erste Aufnahme von Gehlechti, der mit dabei ist. Und jetzt der war's vorbei. Ich kann heute leider nicht so viel bringen, weil ich habe vergessen, fortzuproduzieren. Und dann habe ich halt vergessen. Und ja, ich spiele nur das erste Level heute. Sorry dafür, aber ich habe vergessen, fortzuproduzieren. Und ich muss auch gleich auf. Ich muss gleich weg. Sorry Leute, deswegen bringe ich heute gemütlich auf. So, äh, und ich hoffe, ich gewöhne. Oh, ich feiere einfach die Musik. Nein! Boah, bin ich schlecht. Oh, das ist was schlecht von mir. Sorry, Leute. Nee, aber sorry, äh, Leute, wirklich. Ähm, ich habe gerade eine Aufnahme versucht, aber die ist abgeschmiert. Äh, ich habe, die schmiert jetzt nicht ab. So, bin ich gerade schlecht. Also, ich bin gerade so unter Druck, weil ich muss heute was hochladen für die YouTuber Woche. Und Minecraft hat dich jetzt heute nicht so Bock. Äh, hast du, glaube ich, gemerkt, Kevin? Ja. Ja, ich hatte heute nicht so Bock auf Minecraft. Ich wollte unbedingt mal was anderes bringen. Zum Beispiel Turbo Dismore oder sowas bringe ich auch noch bald. Ähm, das soll jetzt nicht nur Minecraft-Projekt sein. Das soll ich euch jetzt schon mal. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch für mich Level erstellen. Dann müsst ihr einfach der Sonic Pro machen. Alles zusammengeschrieben. Kleine Dirkus gibt es nicht. Äh, wenn ja, dann wie mein YouTube-Name. Und, äh, ich hoffe, es wird euch gefallen. Und hier. Ding, 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 ding. Ich meine, ich habe den Extractor. Hm, was? Ich meine, ich habe den Extractor. Ja, muss ich das wirklich, äh, laden, hochladen? Nö. Danke. Ich lasse das hochladen. Ja, okay. Äh, d, d, d. Ah, ja, das mit dem Tackett wirklich... Äh, wartet, da steht so Sven drin. Das mit dem Tackett will ich nicht hochladen, weil ich irgendwie, ich mag so welche Together-Sachen nicht so hochzuladen, weil das so, so viele schon hatten. Ich stehe schon voll ab. Äh, mir macht Tackett natürlich Spaß, aber, äh, ich weiß auch nicht. Scheiße. Ich will gerade nicht so. Weil überhaupt, ich habe in letzter Zeit sehr viel Stress, zu Hause auch. Weil ich muss ja schon ein Schneideprogramm, dann muss ich das erstmal noch checken, dann muss ich auch schneiden sehr viel, dann mache ich auch Funny Moments und sowas. Zum Beispiel Matters für Funny Moments. Äh, ich weiß. Was ist los? Nichts. Ich werde begeistert, dass ich mich stört. Und dann kommt ein Kakao, Kakao, und jetzt ist das, oh, 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 oh. Oh, oh. Ist das nicht lekker... Sniperaa!!! Boah, Junge. ich habe das Messer auf Gold, Alter. Äh, welchen Spiel? Äh, Black Ops 2, äh, auf Playstation. Oh, Leute, Leute. Ja, auf Gold ist das halt, ne? Das sieht einfach nur hübsch aus. Oh, ich bin Wieseln. Oh, war das knapp. Oh, ich bin Wieseln. Das hat sehr hart geschleppt, muss ich sagen. Kommt dann zu Lohn. Das schafft, Leute. Äh, das wird jetzt noch ein bisschen kürzeres Video. Und wenn es euch gefallen, das lassen wir auch nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, lassen wir auch nach unten. Wenn ihr mich natürlich mögt, dann lasst uns nur ein Abo. Und dann sage ich, ich sehe euch im nächsten Video wieder. Tschüss. Äh, ja, tschau.